Komm, ihr Hirten, komm, ihr Hirten, komme, ihr Hirten, ihr Männer, bitte, ihr Hirten, komme, was die Wüte in deinem Schaden. Christus, der Herr, ist heute gewohnt, legt uns zu freier Freude an der Kohle, führte euch hier. Komm, ihr Hirten, komm, ihr Hirten, lassen uns siehe wie Bede im Stamm, was uns vereinen, der himmlische Schaden, was wir da finden lassen, uns können lassen, uns weisen, die Frauen weisen, Alleluia, ihr Hirten, komm, ihr Hirten, war, ich, die Hände verkündigen, komm, ihr Hirten, bitte, ihr Hirten, vor Gott, los, er, führte, nun soll es der Frieden auf Erden, die Menschen treiben, kein, 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 Untertitelung des ZDF, 2020